Willkommen Leute zu einem etwas komischen Projekt, was man von mir nie erwartet hätte und schuld dran ist sie hier, die... ja du bist schuld. Na, ich würde sagen wir fangen einfach an, man hört Geh-Geräusche, Achja, und sie hat auch irgendwann mal gesagt, sie schaltet sich aus, so dass ich allein bin. Slam! Geh, aber das mache ich genau jetzt. Meiiiiiiiin! Jetzt habe ich Angst. Nicht wirklich Leute, aber ich habe Angst. Wenn du irgendetwas willst, dann komm Scheid oder irgendetwas wissen willst. Jo, also so viel wie ich... Irgendwie leckt das gerade heftig. Alter Schwede, leckt das. Na, also so viel ich weiß ist... Zaun, ist gut. Ähm, oh Gott, das leckt. Na, also so viel ich weiß, stand da eben halt wie schon vorher. Collect 8 Pages. Das müssen wir auch machen. Äh, und dann haben wir das Spiel gewonnen. Ähm, ja. Wenn nicht, dann, äh, haben wir verloren. Es kommt immer ein Typ, der uns irgendwie, äh, der uns dann irgendwie anguckt. Oder wenn wir ihn angucken, haben wir verloren. Und wir kriegen dann so Hinweise. Und ich habe mir mal die Hinweise aus der Readmedia-Teil durchgelesen. Und man hat nicht unendlich lang die Taschen zur Verfügung. Und Seiten sind an auffälligen Orten. Und ich habe es einmal angetestet und ich weiß, dass hier eine Seite war. Aber ich glaube, jetzt ist sie nicht da. Oh, doch. Da ist ja deine Seite. Help me. Hallo. Aufsammeln. Pages. One. Mermaid. Okay. Moment. Von da bin ich doch gekommen, oder? Pff. Toll, jetzt habe ich mich schon verirrt. Meine Güte. Wenn man nicht aufpasst. Okay. Wir können auch rennen mit Schiff. Dann ist die Taschenlampe auf dem Boden. Dann kann man sie auch gleich ausmachen. Und da ist irgendwie ein Baum. Da ist Zaun. Wie nett. Naja. Es hieß auch irgendwie, dass wenn wir rennen, wir irgendwie auch noch Stamina haben. Irgend so was. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall müssen wir Seiten sammeln. Ich habe keine Ahnung, wo die restlichen Seiten sind. Hm. Nebel. Ich sehe nichts. Ich sehe wieder was. Ich sehe nichts. Ich sehe wieder was. Okay, wollen wir uns mal umgucken. Gehen. Woah. Sie hat mich erschreckt. Was? Puhi? Wat? Phehe. Phehehehe. Phehehehe. Okay. Dreh dich doch mal um. Nein, das werde ich nicht tun. Nein, das werde ich nicht tun. Klar. Dann steht hinter mir etwas. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinrenne verdammt nochmal. Da ist schon wieder der Zaun. Dann gehe ich mal da lang. Dreh lo 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 le lo lo. Tr hi approx lo 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 lo. Ah okay. Immer noch nichts. Das ist ja mal voll fair. Ach, kann ich mal creepierere Musik auftauchen? Moment, jetzt ist hier das... What the fuck? Geh halt da hin. Und renn ein bisschen. Und sehen Bäume. Äh, noch mehr Bäume. Nur Bäume. Ich find's irgendwie komisch. Das ist eigentlich unrealistisch, dass man eigentlich gar nichts sieht, selbst wenn man als richtiger Mensch da wäre. Und bis jetzt ist nichts aufgetaucht. Uh, Stein! Stein. 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 Sieht besonders aus. Ich darf... Ich muss mir jetzt merken, von wo ich gekommen bin. Sonst fäll' ich mich gleich auch wieder. Hm. Ah, da. Äh, warum mach ich das Licht aus? So. Bäume und ein Typ. So. Ich bin jetzt von ungefähr... äh, hinter mir gekommen. Da ist Zaun. Bedeutet, wir gehen da an. Oh Gott. Ich hasse es, mich in dem Spiel zu verlaufen. Ähm. Und ich weiß nicht, wie lange die Parts werden. Ich nehm einfach alles gemeinsam am Stück auf. Bis ich irgendwann vielleicht sterbe oder nicht. Und dann keine Ahnung, was draus wird. Moment, da ist der Zaun. Gehen wir mal wieder hier lang. Oh Gott, hier ist alles so frei. Moment, sagt bloß, hier ist wieder der Baum. Nö, hier sind aber trotzdem Bäume. Ja, aber... Natürlich. Wehe, da ist wieder der Baum. Hallo, Hirn. Hier sind überall Bäume. Oh Gott. So. Baum Nummer eins. Ich nenne dich Ferdinand. Baum Nummer zwei. Moment, das ist der Baum, oder? Moment. Ferdinand? Ist das dein Ernst? Nein. Okay. Mir fiel grad nur kein Name ein. Wo bin ich zum Teufel? Ferdinand. Du bist auch schon Ferdinand. Nein, ich bin Nanny. Ach, wisst ihr was? Ich lauf jetzt einfach im Dunkeln hier. Baum. Ähm, durch die Gegend. Bis ich irgendwo ankomme. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Alter Schwede. Da ist Zaun. Dann gehen wir weiter hier lang. Und rennen. Und rennen. Und rennen noch mehr. Im Dunkeln. Wir sehen nur einen komischen Himmel. Uh. Das ist was Besonderes. Was ist das überhaupt? Oh Gott. Ähm. Ein Tunnel. Okay. Ich geh da rein und das Monster frisst mich auf. Mann. Das ist so hell hier. Moment mal. Äh. Ich dreh mich lieber nicht um. Ja, aber ich hab hier gerade keine Notiz entdeckt. Oder hab ich den nur übersehen? Ich meine, so ein Tunnel ist doch was besonderes. Genauso wie ein Baum, ein Felsen. Okay, jetzt dreh ich mich mal um. Ganz langsam. Und geh nochmal zurück. Ganz langsam. Ich krieg Panik! Okay. Panik vorbei. Ah, da ist es doch negativ. Waaah! Das hat mich jetzt ernsthaft erschreckt. Äh. Follows. Er verfolgt mich. Hat dich das erschreckt oder was? Ja! Das hat mich aus, als ob man richtig erschreckt. Nicht so wie die ganzen Hauber-Spiele, aber das hat mich jetzt richtig erschreckt. Ach, du geil. Ja, danke. Mach dir nix draus. Das ist ein schönes Spieleerlebnis für mich. Und die Musik ist anders geworden. Tief durchatmen und fertig. Und wenn jetzt hier am Ende irgendwie leckt das, ähm, ich an jedem Baum irgendwie eine Notiz sein kann, ist das doof. Aber bis jetzt war es ja an besonderen Stellen. Denn es sind zwei Bäume lege ineinander. Sollte ich das auch als besondere Stelle definieren. Ich hab grad keinen Bock an Bäumen rumzufuschen. So, ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt lang gehen sollen. Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Und bis jetzt ist noch nichts aufgetaucht. Ich hab drei von acht Seiten. Aber ich hab auch gelesen, dass je mehr Seiten wir haben, umso öfter kann er auftauchen. Ah, okay. Guck mal, der Himmel ist so hell. Hier muss der Mond scheinen sein. Sein ist das Neumond. Ich hab jetzt keine Ahnung, wohin wir gehen. Doch, nur Wald und Bäume. Hm, eine Notiz sagte Bäume und ein Typ. Der Typ ist sicherlich der Slender. Der Slender ist im Wald. Warum bin ich im Wald? Okay, hier gibt's ja auch nur Waldbäume. Sag bitte nicht, dass da der Zaun ist. Das hat mich jetzt nicht erscheint. Jetzt bin ich mental hoch vorbereitet. Es sei denn, es passt grad perfekt zu irgendwas. Moment. Was ist das? Das sind Bäume. Okay. Ich wollte nur diese Verzirrungsbilder da machen. Also. Ja. Alter Schwede. Ich seh hier nur Bäume. Ich komm gleich wieder. Okay. Ey, ich wette, sie kommt ja perfekt wieder, wenn sie mich erschrecken will. Aber sowas von perfekt. MAH! Zaun. Ich weiß nicht, soll ich jetzt... Ich frag mich, warum bis jetzt noch nichts gekommen ist. Da ist schon wieder Zaun. Das ist ja noch schlimmer als CSP oder wie auch immer das Ding hieß, was Etrus mir gesagt hat. Dauert ja noch länger. Alter. Meine Güle. Okay. Ich hab mir einen Part angesehen sowieso schon vorher von irgendeinem anderen Typen. Deswegen wusste ich, wo eine Sache ist. Aber der hat auch nur zwei Seiten gedingst. Ich hab jetzt schon drei. Und der ist zweimal gestrungen. Zweimal, zweimal, zweimal. Ja, zweimal glaub ich. Okay. Aber eigentlich wollte ich das blind machen. Aber dann hab ich's mir doch angeguckt. Und ein anderer Freund von mir hat jetzt auch ein Part hochgeladen. Aber dann würde ich mir das auch angucken. Bedeutet, ich muss das hier jetzt erstmal spielen, damit ich's angucken kann. Ähm, ja. Warum kommt noch nichts? Ey, ich verirr mich hier noch. Noch sowas von? Einfach nur geradeaus. Und irgendwann ist da ein Zaun. Ich kann jeden Millimeter jetzt einfach so abgrasen, damit ich geradeaus gehe. Und ein bisschen alles. Muss man alles finden. Schon wieder ein Zaun. Das hat mich jetzt nicht erschreckt. Ich bin mental jetzt darauf vorbereitet. Mann! Das erste Mal war aber schrecklich. Da hab ich ehrlich Panik gehabt. Schon wieder ein Zaun. Warts ab. Ich krieg dich doch. Ich krieg... Oh Gott, sie kriegt mich noch. Nein! Jetzt hab ich Schiss. Ich hab mehr Schiss vor Julie als hier von diesem Ding, weil das Ding noch nicht aufgetaucht ist. Oder von dem ganzen Spiel. Das klingt aber nur an der Atmosphäre. Ich mag dich doch. Ah, Bäume. Oh. Ja, oh. Okay. Fernando, Carlo, Ferdinand... Beatrice... Irgendwas. Ich krieg keine Namen grad im Kopf. Irgendwie... Irgendwas sag mir, dass ich da lang muss. Alex. Genau! Hallo Alex! Hi Alex! Wie geht's Alex? Gut Alex, ne? Wie geht's dir denn Alex? Okay. Zaun. Ich will auch immer nur zum Zaun. Ehrlich, wo bleibt denn der Slender? Ich hab drei Seiten. Hallo? Bei dem anderen... Nebel. Ähm, da ist es... Es ist ein Zahn? Nein! Nein! Wies der Zaun? Nein! 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 Puh, noch kein Game Over. Ach Gott. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldigung, Leute. Oh Gott, ich habe mich gerade nur versucht zu retten. Ich habe dabei alles vergessen. Und hier sind auch eine Zäune. Hm, ist das Lender jetzt hinter mir? Der muss ja irgendwo da hinter mir sein. Ne, schon wieder. Ne, schon wieder. Da war was. Da war eine schwarze Gestalt. Ich habe es gesehen. Und sie hat sich irgendwas angehört. Äh, genau. Nein. Puh, nein. Das Lender ist da vorne. Ich habe da eben was Schwarzes gesehen. Und sagt mir jetzt nicht, dass ich mir das nur eingebildet habe. Du hast ja jetzt nur eingebildet. Da, da war schon wieder was schwarzen. Da ist schon wieder ein schwarzer Schatten. Na, ich will da aber lang. Da. Puh. Alter, bei dir ist bei Miss Lender irgendwie lila. Lila? Cool. Ich kann hier nirgendwo langen geradeaus. Oh, 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 oh. Woher immer ich jetzt bin, ich hab sowieso die scheiß Orientierung verloren. Wenigstens lebe ich noch. Hm, Moment. Das hier könnte auch ein guter, besonderer Ort sein. Ich meine Baumstämme. Oh, oh, einfach nur so drei Baumstämme. Vier. Das Lenner lenkt mich auch so ein bisschen. Bisher aber keine Notiz. Warum mache ich das Licht aus? Keine Notiz? Oder bin ich gerade nur so blind? Ah, da! Always watch snow eyes. Moment, wenn das Lenner keine Augen hat, wie soll er mich angucken? Okay, dann haben wir halt vier von acht Seiten. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich bin und wo ich überhaupt hingehe. Machen wir das Licht wieder aus. Die Batterien halten ja auch nicht ewig. Ey, wenn die Batterien nicht ewig halten, wie soll ich mich dann hier irgendwie zurechtfinden? Bitte. Das Licht bringt gerade so viel. Ein einsamer Baum? Okay, einsamer Baum. Gib mir Notiz. Puh, dummer einsamer Baum. Hallo Haus! Oder was sollst du darstellen? Ich lebe ja immer noch. Das finde ich übertrieben. Okay. Links, rechts oder geradeaus? Julie? Da war der links. Okay, links. Moment, hier sieht man mit weniger Licht viel mehr. Hier schon weniger. Hier geht es schon wieder raus. What the fuck? Ein Stuhl. Nichts. Okay, dann wollen wir halt nicht raus. Dann gehen wir jetzt geradeaus, weil es rechts war. Ach, du meine Güte. Doch, wenn das denn hier irgendwie um die Ecke ist, ey. De, de, de. Ich weiß nicht. Ich habe es geahnt. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Okay, Leute. Wenigstens vier Seiten. Ach, wie geil. Okay. Bis zum nächsten Mal. Oder gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Aber das war geil. Sollte man auf jeden Fall spielen, wenn man sich erschrecken will. Besonders, wenn er auf einmal um die Ecke ist. Obwohl man weiß, dass er um die Ecke ist. Ach, Gott. Na, hat Spaß gemacht. Ciao. Lach nur. Wir wünschen uns das dabei, wenn das nicht so happen. Wir wünschen uns das wilderness! Oder sind die Ecke, die Ecke zu isolieren.